Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Banished und herzlich willkommen in unserem wunderschönen Rostnockel, das stetig wächst. 144 Einwohner ist Stand Anfang der Folge, 145. Wir gucken mal am Ende der Folge, was daraus geworden ist. Wie viel wir so pro Folge an Gewinn machen, an Einwohner gewinnen. Vielleicht schaffen wir es ja auch hier einige Häuschen fertig zu stellen. Irgendwo haben wir 74 Steine gelagert. Hier lagern sie auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wo sie lagern. Irgendwelche Taschen von irgendwelchen Leuten. Hier ist auch noch was. 13, 1. Hier sind 5. Wie die das einfach mal überall verteilen. Hier unten sind 25. Ist ja nicht so, als wäre hier direkt Lagerplatz, ne? Ist ja nicht so, als müsste man hier runterlatschen, um das hier abzulegen. Aber okay. Wenn ihr das so wollt, bitte. Tut euch keinen Zwang an, aber meckert hinterher nicht rum. Was sagen denn die Werkzeuge? Wir müssen mal schauen. Eisenwerkzeug 226, Stahlwerkzeug 22. Also Eisenwerkzeug lässt so langsam nach. Das ist das, was wir wollen. Es wäre auch nicht schlimm, wenn wir Eisenwerkzeug noch im Lager hätten. Die nehmen sich eh Stahlwerkzeug, wenn sie es haben wollen. Aber ich hätte gerne das Lager voll mit Stahlwerkzeug. Wir haben auch schon wieder so viel Kohle. Wo lagert denn die ganze Kohle? Hier sollen 165 Kohle irgendwo sein. Und irgendwer klaut sich Kohle. Und ich schwöre euch, die Ärsche heizen mit Kohle. Wenn ich hier irgendwo Kohle finde... Was ist das denn hier? Das ist doch kein Privathaus. Das ist ein Lager hier. Alter, ist es euer Ernst? Was ist los mit euch? Hier, er hat Kohle. Ihr Ärsche. Wer seid ihr? Steinmetz, Bauer, Schüler, Kind, Kind. Oh, 20 Kohle. Was ist falsch mit euch? Warum 83-jährige Verkäuferin lagert einfach mal das halbe Rosten-Noklar-Lagerinventar hier ein? Was ist los? Okay, wir schmeißen die Arbeit wieder an. Wir lassen die Schmiede wieder arbeiten. Ist egal, dann haben wir halt Eisenwerkzeug noch da drin. Aber dann verbrauchen wir wenigstens die Kohle lieber für Werkzeuge, als dass die damit heizen. Die sollen hier mit Holz heizen. Ich baue nicht umsonst hier so viel Holz an, Freunde. So nicht. Der Markt ist übrigens fertig, Freunde. Und das erste Haus. Ich hatte übrigens noch einen Verkäufer eingestellt, weil jetzt haben wir 2-2. Der Verkäufer wird natürlich jetzt hier viel zu tun haben. Die müssen jetzt jedes Mal hier rumdüsen mit ihren Karren. Und müssen das von dem einen Markt zum anderen karren. Aber das ist halt so. Damit müssen wir leben. Wir haben 9 Kühe. Das heißt, wir können gleich teilen. Yes! Nice. Reichen denn die 3 Häuser hier oben dann? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Sprach der Blinde. Oh, da kommt unser Kollege wieder. Hoffentlich mit sehr vielen Steinen. Würde ich ihm schön teuer abkaufen. Egal wie teuer. Sache Stein. Oh, Rinder. Rinder für Brennholz. Sechs Stück. Würde dem Ganzen natürlich einen Schub nach vorne geben, ne? Wir müssten... Wir müssten... Äh, warte mal. 100... 200 Brennholz pro Kuh. 1200 Brennholz. Geht, oder? Machen wir einfach. Machen wir einfach. Ist doch egal. Ist doch egal. Soll der doch hier... So. Jetzt machen wir folgendes. Hier werden jetzt Rinder gemacht. Wir stellen noch zwei Leute ein und teilen die auf. Dann haben wir zweimal acht. Und bekommen so hoffentlich schneller. Die laufen sogar durchs Gatter. Das ist ja klasse. Okay, sie sind richtig schlau, die Kühe. Wahnsinn. Ja, Steinvorräte sind fast aufgebraucht. So ist das eben. Was sagt denn die Nahrung? Die Nahrung ist wichtig. Aber wir haben 12.000 im Lager. Also so schlimm kann es nicht aussehen. Und wir machen deutliches Plus. Fast 3.000... 2.500 plus machen wir. Äh, nice. Und dieses Jahr noch mehr. Es läuft. Es läuft, Freunde. Hier sind schon zwei von... Wie vielen Häusern? Von acht fertig. Das ist gut. So, jetzt tun die natürlich hier das ganze Brennholz rauskarren. Vielleicht sollte ich das mal auf tausend runterschrauben. Äh, dass die wirklich nicht... Weil sonst, die kommen auf komische Ideen. Die holen sich die ganze Kohle hier aus dem Lager. Die, äh... Teure, gute Kohle, die wir für unser Werkzeug brauchen. Ziehen die sich hier raus. Da sind die eiskalt. Da kennen die gar nichts. Deswegen müssen wir da noch ein bisschen aufpassen. Weil ich würde auch ungern noch mehr Bergarbeiter jetzt einstellen. Weil im Moment funktioniert das alles, ja. Wir haben Eisen. Wir haben Kohle. Äh, wir haben tatsächlich auch 40 Stein. Ja, was mich wundert. Und ich glaube, es hapert einfach nur daran, dass die Leute das hier hinbringen müssen. Weil, wie gesagt, Stein hier an allen Ecken der Welt gelagert wird. Unter anderem hier unten im Wald. 25 Stein. Ihr seid so Bananen in der Birne. Das ist der Wahnsinn. Hahaha. Ah. Ich überlege, ob wir hier noch Schafe hinmachen. Das weiß ich aber eben nicht. Schafe oder nochmal Kühe. Kleines Hühnchenfeld wäre auch schön. Er hat keine Arbeit. Warum? Förster. Förster. Ah, shit. Es fehlen wieder Leute. Das ist nicht cool. Dann tun wir mal zwei Jäger. Abkommandieren. Der Förster geht auch nicht dahin. Geht der Förster dahin? Auch nicht. Was ist denn los? Jetzt erst. Ihr müsst die volle Förstermannschaft einstellen, damit das hier läuft. Das ist ja ein Ding. Aber so ist das. Sehr gut. Wir haben jetzt hier oben nochmal zwei eingestellt. Die müssen natürlich auch irgendwo dann... Also hier sind auf jeden Fall die zwei Bauern und die vier Viehhirten hier oben vertreten. Das ist sehr gut. Die Kinder müssen zwar weit laufen, bis sie in der Schule sind, aber das schaffen die. Musste ich früher auch. Ich musste auch. Jeden Morgen mussten wir fast zwei Kilometer laufen, bis wir in der Schule waren. Das hat uns nicht geschadet. Ich bezweifle, dass das zwei Kilometer sind. Aber solange sie nicht meckern, ist alles gut. Was sagt denn generell die Zufriedenheit? Vier. Immer noch vier. Obwohl wir so viele verschiedene Nahrungssorten mittlerweile angekarrt haben. Wir sind auch echt nicht zufriedenzustellen, die Rosten-Nockler. Naja. Neues Jahr, neues Glück. Das muss auch nur gebaut werden. Ein Hilfsarbeiter. Sehr schön. Wir haben sogar noch 30 Schüler. Das sind 30 potenzielle Hilfsarbeiter. Die nur noch... Ja, nur noch fertig werden müssen mit ihrer Schule. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, hier wird gelagert. Ich finde es auch gut, dass der das so ein bisschen abcheckt, wie viele Häuser hier im Umkreis sind. Und dementsprechend einlagert. Weil der hier, wenn man sieht, der hat deutlich mehr eingelagert. 57%, 56% und der hier hat gerade mal 24%. Er hat natürlich auch deutlich mehr Häuser hier um sich rum stehen. Das heißt, er hat einen größeren... Warum ist denn eigentlich hier so wenig Eisenwerkzeug? Wo ist denn das ganze Werkzeug? Ah, hier ist das ganze Werkzeug drin. Ach ja. Das ist ja ein Ding. Interessant. Very interessant. So, was machen die hier eigentlich an Holz? 134. Weißt du, er ist... Die sind zu dritt, machen 134. Er hier ist alleine. Ja, und er macht 72. Wobei er letztes Jahr gar nicht gearbeitet hat. Zur Hälfte. Muss man auch dazu sagen, ja. Wir fällen aber jetzt auch erstmal noch ein paar Bäume. Weil ich würde gerne, dass hier ein bisschen Holz lagert. Damit er Brennholz machen kann, ja. Und deswegen können die ruhig mal hier einmal einen Karschlag machen. Und ich glaube, die müssen das eigentlich alles hier rüber bringen, ja. Ich hoffe es zumindest. Wir werden es gleich sehen. Aber ich denke mal, das müsste funktionieren. Wir machen mal ein... Wie sieht es eigentlich hier unten aus? Oh, Steine sind mittlerweile... Ah, jetzt weiß ich auch, warum hier unten Steine liegen. Natürlich, die bringen das von hier dahin. Ah, 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 ah. Ja, ja. Da war ja was. Okay, ich habe umsonst rum gemeckert. Aber so ist das eben. Manchmal muss man meckern. So, vier Häuser sind fertig. Nice. Es wäre vielleicht auch nicht so schlecht... Oder es wäre nicht schlecht gewesen, die zweite Schule hinten hinzubauen, ne. Hier können wir aber ruhig noch eine dritte Schule hinbauen. Und die brauchen wir eh. Wir sind bei 28 Schülern. Wenn wir jetzt noch mehr aufstocken, was wir ja tun, werden wir deutlich mehr Schüler bekommen. 148 Siedler. Nice, nice. 99% Kleidung, das funktioniert. Und wir haben, glaube ich, viel zu viel Wolle, ne. Wir haben viel zu viel Wolle und viel zu wenig Leder. Aber wir haben Wintermäntel, 52. Also irgendwo scheint es tatsächlich zu funktionieren. Jetzt haben wir ja vier Jäger abgezogen. Das heißt, da wird jetzt dieses Jahr etwas weniger bei rumkommen. Na, wir werden sehen. Vielleicht kommt da nochmal so ein Händler hier und hat schöne Sachen dabei. Wer weiß. 9 und 8 Kühe. Ich glaube, sobald ein Feld 10 hat, werde ich die aufteilen. Dass hier auch noch Kühe sind. Ich glaube, das macht Sinn. Wir bauen hier auch noch zwei Häuser hin. Wir bauen noch zwei Häuser und wir bauen auch noch ein Feld hier hin. Weil den Platz haben wir. Dann nehmen wir ihn auch. Da können wir sogar... Ne, wir könnten hier drunter noch ein Feld setzen. Ein 8x12 Feld oder ein 9x12. Oh, wir setzen ein 9x12 Feld. Oder warte, ich habe eine Idee. Äh, wir machen das hier nochmal weg. Äh, ne, warte, so. Und setzen die Obstgärten hin. Ja, wir produzieren hier einfach nur ein bisschen Obst. Ist doch auch eine schöne Sache. Warte mal, wie war das denn? 13x9 ist, glaube ich, ganz gut. Ich weiß, ich kenne immer die Größen nicht von den Wäldern, wie die optimal sind. So, dann würde ich sagen, machen wir auch noch ein Haus hier oben hin. 9 und 8 Kühe. Okay. Und ein Händler, der Kohle, Leder, Stahl, Leder. Danke. Fetten Dank. Wir kaufen auf jeden Fall erstmal 100 Leder ein. Und wir kaufen auch Kohle ein, ja. Und zwar nicht wenig. Nämlich 300 Stück. Ja, habe ich jetzt beschlossen. Und, sollen wir die Stahlwerkzeuge kaufen? Hm. Wir kaufen Kohle, da stellen wir das mit her, ne? Ne, wir kaufen Stahlwerkzeuge. Wir kaufen 50 Stahlwerkzeuge. 3.000 irgendwas, das ist kein Ding. Das kriegen wir hier locker raus. So. Vier zu viel. Dann ziehen wir einen ab. Wollen wir ihm ja nichts schenken. Und dann handeln wir. Auf Wiedersehen. Bitte beehren Sie uns bald wieder. So, hier lagert jetzt ein bisschen Holz. Das ist gut 62. Weil dann ist der Holzhacker nämlich, glaube ich, ein bisschen besser beschäftigt. Hier unten, der ist sowieso beschäftigt. Allerdings ist hier, glaube ich, das Problem, dass das Lager einfach nicht ausreicht. Bringt es was, wenn ich dahinter noch ein Lager setze? Ein kleines. Schnuckeliges. Irgendwie hier so. Vielleicht. Ja, klein ist auch was anderes, ne? Äh. Komm, wir machen noch ein 5x10 Lagerfeld dahinter. Aber ich will, dass der hier durchgehend am Arbeiten ist. Und wenn der nicht arbeiten kann, weil der hier hochlatschen muss, um irgendwelche Sachen abzugeben, dann macht das wenig Sinn. Deswegen. Attacke. So, hier liegt so viel Kohle rum. Ah, jetzt holen sie das auf einem. Ah, ja, okay. Der Herbst, die Bauern sind fertig. Ich verstehe. Ich verstehe. So, die sind natürlich voll, ist klar. Aber jetzt nicht mehr. 450 Werkzeuge können wir ruhig mal produzieren. Ist, denke ich mal, kein Thema. Wie sieht das hier aus? Hier fehlt ein bisschen... Warum fehlt hier Stein? Wir haben 91 Steine gelagert irgendwo. Hier alleine liegt schon ein ganzes Haus fast rum. Hier unten müsste dann jetzt auch einiges liegen, oder? 36. Ist doch nice. Das hier wird, denke ich mal, auch noch verarbeitet. Da läuft einer. Da kommt einer. Alles... Alles tutti. So, 8 und 9. Okay, noch hat sich hier nichts geändert. Wer weiß. So, der Winter ist da. Der Spätherbst. Schalalala. Die Nahrungsproduktion, die läuft. Wir machen fetten Plus. Ich bin zufrieden. Holz wird gehackt. Alter, die lagern die ganzen Kohle hier ein? Was ist denn falsch mit euch? Ach, der hat das vorhin gar nicht dazu gezählt, oder? Oder was? Wir könnten ja hier oben noch ein Wirtshaus hinbauen, ne? Ich meine, wir bauen hier zwei Obstgärten. Warte mal, passt das irgendwie noch dahin? Wirtshaus. Nee. Höchstens hier unten. Da würde eventuell auch nicht... Hier kann ich ein bisschen bauen. Hier würde ein Wirtshaus hinpassen. Ich glaube, das machen wir auch. Da kommt noch ein Wirtshaus hin. Weil wenn wir hier nochmal Obst anpflanzen, macht es Sinn, dass wir das hier nochmal verarbeiten. Ach, das habe ich schon den Weg. Okay. Okay. Ja. Jetzt liegt es nur noch an eurer Geschwindigkeit hier. Wie schnell ihr arbeitet, Freunde. Also, lasst euch nicht lumpen. Gebt Gas. So, und wir werden auch diese Felder ab jetzt schon bestellen. Und zwar mit Kartoffeln. Die wir ja jetzt neu haben. Dann machen wir hier mal komplett Kartoffeln. Natürlich immer nur ein Arbeiter. Dann können wir nämlich jetzt im Frühling schon anfangen, hier wild zu ernten. Beziehungsweise wir haben zu wenig Bauern. So, jetzt haben wir 20. Drei Hilfsarbeiter wieder. Okay. Ich hatte jetzt zwar zwei Steinmetze abgezogen, aber irgendwie sind gerade zufällig mal wieder drei neue dazugekommen. Hat ganz gut gepasst. So, Freunde. Es sind 91 Steine irgendwo im Umarsch. Könnt ihr das nicht einfach mal hinbringen und das mal fertig basteln? Das dauert mir alles ein bisschen zu lange, ja. Ah, es wird schon klappen. So, der Kräutersammler sammelt. Wird das eigentlich auch verbraucht, das Kräuter? Das Kräuter. Wird das Kräuter verbraucht? Eigentlich schon, ne? Wenn es abnimmt, wird es verbraucht. Na ja, gut, Freunde. Ich würde sagen, das wäre es gewesen mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Jahr übermorgen hier in Rostnockel wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.